Frau Mag. Willim, Sie sind Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung. Was sind da Ihre primären Ziele? Was sind sozusagen Ihre Anliegen? Die AG Globale Verantwortung ist ein Dachverband aus 34 österreichischen Nichtregierungsorganisationen, die in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe tätig sind. Unsere Mitgliedsorganisationen führen jährlich 1.000 Projekte in 120 Ländern dieser Welt durch mit dem Ziel, ein menschenwürdiges und gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten zu erreichen. Also auf einem Planeten, auf dem auch unsere Enkel und Enkelkinder noch gut leben können. Und insofern setzen wir uns eben dafür ein, dass die österreichische Politik auch ihren Beitrag dazu leistet, ein solches gutes Leben oder menschenwürdiges Leben für diese Menschen auf diesem Planeten auch zu ermöglichen und entsprechende politische Maßnahmen zu setzen.